4. Trucker Treffen und ich habe mir heute mal erlaubt, ich werde mal eine Vorab-Info machen, also eine Vorab-Info-News und ein kleines, naja, so eine kleine Rundfahrt jetzt um 14.37 Uhr, also halb drei Nachmittag, da er heute Abend schon ein bisschen was geboten ist, ihr wisst, wir müssen 400 LKWs oder LKW-Fahrer müssen zusammenkriegen und gucken wir, es haben sich schon einige, naja, zurechtgefunden, beziehungsweise haben den Platz schon gefunden und schon sehr interessant, dass jetzt hier ein paar Leute schon da sind, das ist mir sehr, sehr, sehr witzig. Und guck mal, da stehen schon ganz viele von, weiß ich nicht, was von der Logistik, aber ich habe mir überlegt, komm, das musst du mal machen, ich muss das einfach mal vorab machen, weil viele sagen, wir sind Nachmittag schon da und wir gucken schon, ne, und dann haben wir gelegt, komm, das musst du fast machen und hier einfach ein Video mal zugrunde legen. Aktuell sind es 18 LKWs stehen schon rum hier und die versuchen hier sich schon den einen oder anderen Platz zu ergaunern, ne. Und das ist doch kein Schlechtes, ne. Also heute Abend 20.30 Uhr auf dem SIM2-Server, ganz klar, hier bei Sosnozny Snowbar neben, ähm, neben, äh, St. Petersburg ist es, ne. Hier steht zum Beispiel ein Trailer, der packt gut, das finde ich gut, da kann man sich schön reinstellen, das könnt ihr auch gerne machen, aber ich habe nichts dagegen, ne, einfach den Trailer hier irgendwo so reinstellen. Hier hat sich schon jemand zurechtgefunden, das ist nämlich der Norddeutsche Express, der Kilian hat sich hier zurechtgefunden. Hier stehen auch schon der ein oder andere LKW. Und, ähm, ja, die suchen sich dann schon hier ihre kleinen Plätzchen. Also sehr interessant, äh, dass sich schon ein paar zurechtfinden. Denkt dran, 400 LKWs sind zu knacken, bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ähm, und wird bestimmt sehr, sehr lustig. Genau, das einfach mal nur vor, dass ihr das nicht vergesst, heute Abend um 20.30 Uhr, ähm, hier in, ich zeige es nochmal auf der Karte, oh, da, dass ihr wisst, in Sosnoz, Sosnoz Novi Bar, hier sind wir, da findet das Trucker Treffen statt, ne. Hier haben wir ganz viel Platz, und dann, ähm, boah, da können wir dann eine Runde Trucker Treffen machen. Das alles wird dann natürlich kommentiert, dann später im TS und natürlich wir Livestream, alles dran und drum. Ihr dürft auch gerne, ähm, einen eigenen Livestream machen, habe ich nichts dagegen. Vorausgesetzt, ihr tut nicht mein Bild, was ihr hier jetzt seht, als Livestream machen, sondern euren eigenen, logischerweise, ne, mit eurem LKW. Also, da kommt nicht mein Video nochmal hier, okay, das geht natürlich nicht so. Sonst, hier wird Ärger auch von YouTube, ne, wegen doppelter Gedöns, ihr wisst ihr ja, ne. So, habt ihr noch Fragen zum Trucker Treffen, dann einfach kommentieren. Ansonsten 20.30 Uhr heute Abend hier am Trucker Treffen. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal vorab viel, viel Spaß. Ich freue mich auf ganz viele LKW-Fahrer heute Abend, auf eine Menge Spaß. Und es wird bestimmt sehr, sehr witzig, wie, äh, jeden Monat, muss man fast sagen, ne. Bei jeder EZ2-Version machen wir dann so ein Trucker Treffen. Gut, in diesem Sinn, wünsche euch noch, äh, einen schönen Nachmittag, und wir sehen uns heute Abend. Macht's gut, bis bald und später. WIPE, 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 W